Neue Google Form Durch Werbung auf YouTube erreiche ich genau meine Zielgruppe. Wie zum Beispiel Anna, die auf Google nach einem Gartenservice in ihrer Nähe sucht. Wenn Anna YouTube Videos schaut, wird meine Anzeige eingespielt. Trägt mit einem Link, damit sie gleich einen Termin anfragen kann. Ich finde meine Kundinnen und Kunden auf YouTube. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.